Halber Power! Garen zackt Power! Was haben sie denn? Alle in Kirchenharmonie kaufen, falls ihr Wann habt! Offes Maximum, hallo! Und was machen wir noch? Warte mal, wie kann ich so tanky wie möglich werden? Indem du dir Tank-Items kaufst. Wow, Punktreicherung! Oh cool, der macht uns schönen Sicht. Ich kann dir das besser helfen. Ach, du magst deine Türme nicht? Wie schade. Ja, ne, ich hab irgendwie daneben geklickt. Immer auf W. Ist das neue Kazi-Gift schon draußen? Ja, das sieht nicht so geil aus. Nein, jetzt fängt die Scheiße wieder an! Krass, oder? Ja, immer schön drin stehen bleiben mit dem Gift. Hm, sehr interessant. Ne, ich meinte eigentlich die von Jayce. Die komische Fähigkeiten... Ich weiß. ...kacke da. Weiß ich, dass du die meinst. Das gibt's ja schon lange draußen. Geht alle von mir weg! Geht alle von mir weg! Mensch! Das gibt's ja schon lange draußen! Das gibt's ja schon lange draußen! Das gibt's ja schon lange draußen! Wow, was ein nice Spinning! Ja, oder? Ja, oder? Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Ja! Warum hat sich jemand auf den Boden gehauen? Hm, sehr gut! Er wäre zu langsam gewesen und die Bombe hätte ihn getroffen. Wow, boah, zu gut. Alter, Garen ist so useless. Quatsch. Können wir mal die Minions wegmachen, naja? Ich weiß genau, dass ich mit Garen hier nichts anfangen kann. Das habe ich schon zwei- bis dreimal unter Beweis gestellt. Ja, dann lern's langsam mal. Ich wollt grad sagen, hattest du jetzt zwei- oder dreimal die Zeit dazu, es zu lernen? Hammer, wir hatten nämlich jetzt nur getroffen, nächste Feuer hat mir vorbeigeflogen. Kann ich ja leider auch nicht sagen. Ich kann dich noch daran erinnern, dass ich Garen gespielt habe. Hast du? Du hast es doch gerade gesagt. Ich concur. Ja, spamm ich tot. Härter, fester, schneller. Alter, da hab ich sogar mit der Mumu mehr Spaß, wenn ich da rein springe. Kann ich wenigstens springen. Hoho, war ein Jump zurück. Uhuh. Oha. Du musst nicht dran stehen bleiben. Doch. Ja. Protestaktion. Ich wusste ja, dass er da drin ist. Ja, weißt du. Ja, weißt du. Mit meiner Kuh. Ja, genau. Ja, ich wollte gerade rein jumpen, dann war er tot. Ich kann nicht nur einen Assist. Naja, wenn ich den Assist habe, hab ich einen Assist. Weißt du, mit dem Tower greift erinnert und ich kriege niemanden Assist. Triff mich nicht, er trefft mich nicht Fail Oh, ich weiß noch mehr Gift Ich glaub ich mach nen Abgang Sorry, aber ich glaub die wir sterben Nääääääää Smudia Smudia stirbt mich Ich weiß nicht, ob man ihn bestimmt spielen kann Hm, sehr interessant Glo1 12 Schä вик Amt Wluit jetzt sowieso, wir sind in den Gras... Schon mal so CDs Durch mir eine super tolle geile Bombe Äh... Ich muss mal weg-snacken den Scheiß. Genau! Haha! Nein! Kann jemand die HP aufsammeln? Jaja, jetzt schon. Keine Lust. Hat mich! Da fuck, warum krieg ich ein Kill? Weil ich so neue Hits. Was für ein Kuh. Ja, es war anders geplant. Ja! An sich wollte ich erst mal einen Jump auf dich und dann die Kuh raushauen, aber... Der Jump kam nicht. Und da steht ein Creep im Busch. Ja. Oh, das ist so ne schlechte Cassie. Und du bist so ein schlechter Garen. Mach nicht mal die Fangzähne hoch. Tja, vielleicht bist du es einfach nicht wert. Tja, vielleicht bist du es einfach nicht wert. Hm. Irgendwie entspannt, dieses Spiel. Ja. Find ich auch. Hm, es passiert nicht viel und wenn was passiert, dann Stück 1, 2 und... Gib mir mal chill bitte. Ja, danke. Ja, danke. Wieder Ruhe. Wuhu. Oh, komm, ich bin so scheiße. Oh, keine Lust jetzt dahinter zu laufen. Mann. Warum machst du es dann? Ja, weil der sonst nehmig pingt. Das muss ja da... Ich jump jetzt rein. Ach, komm. Fail. Geh, hilf. Neu. Du weißt, mit Hilfe Garen, du bist so nett echt. Das gibt's nicht, die sind schneller als ich. Ja, ja, alter, dann geht die Ulti noch voll auf den Falschen. Das gibt's nicht. Weißt du, da kommen 100 Milliarden Minions. Ach. Oder? Ja, nix, oder? Kommen wir leider mehr Minions. So, Instant War Mox. Und den Keks. Ja, ja. Ich hab's nicht geteilt, ne? Aber der war nicht gestealt, ne? Nein. Da kommst du darauf hin. Wo krieg ich denn jetzt, wo es ente ja... Attack? Der Tech-Speed oder Magiere ist jetzt? Ja. Ne, hier. Weißt du wie sie beide im Busch hocken? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt kommen wir helfen, ihr Penner. Okay. Das ist ein Feiglinge, ey. Huh. Haha, mit beiden bin ich getroffen. Wow. Oh, entschuldige mir leid, Barros. Musstest du abbrechen. Ja, genau. True Damage ist einfach... Bombe, Bombe, Bombe. Weißt du, der hatte, der hatte, der hatte irgendwie die Casio gegeben. Ja. Das ist viel, was der machen kann. Ja, weißt du, ey, du bist, scheiße. Bist du ein Stiler? Das ist unglaublich. Hättest du dem den nicht geben sollen, echt ohne Scheiß. Ach, komm. Nein, geschieht dir recht. Eins, drei. Drei, eins. Äh, ist halt bestimmt schon hundert eins oder so. Aber ihr müsst ja immer killstealen. Oh ja, meine Bombe, mein Tower getroffen. Ey, mach doch mal diesen kacken Minions weg, ey. Dürfen gar nicht erlaubt. Wollt ja, aber du warst schneller. Alter, ich hab grad mein Tastatur total... Das haben wir nicht. Kaputt gemacht. So. Dom, 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 dom. Wie er so recited. Hat er auf mich. Hast du schön noch einen dicken Pfeil ins Gesicht bekommen. Jesus. Von Varus. Oha, hat's aber Glück gehabt. Yes, yes, hurry. I have important work. I'll get back to you. Kamama- Kamama- Kamama-ma-ma-chameleon. Alles klar, weißt du, das scheit, ne? Schön falsch, ne? Mach mal Platz. Mach Platz. Läuft Platz. Läuft Platz. Wie das voll auf dich absieht. Los, lauf zum Jackson. Mit der Bombe. Ich glaub ich spring gleich auf den drauf, wenn einer ne Bombe hat. Komm her. Komm her. Komm Knudel. Nein, komm. Deine Leben ist großartig. Du bist voll designt für das. Ich könnte dir das besser helfen. Alter, hör doch mal auf umzustehen, Mann. Greif jetzt an. Ja, okay. So Herr der, äh, so besser der Herr. Leute, was ist mit Jogart? Ja. Ja. Das sieht ganz geil aus, das stimmt. Alter. Ja, ja. Ich hab irgendwie nach der letzten Einzelteile so Xerath-like. Ich hab das mal gar nicht gerafft. Na, wer ist da tot? Alter, diese Minions. Echt, er. Diese 1,5 was dead. Oh. Dreh. Dreh. Entropie. Und nie in der ersten Fall. Meins. Geh. Geh. Da war voll auf die Fresse. Die Kosine seiner Routine. Dividend bei. Ich bin Varus? Ich hab die Senji-Implette gekauft. Ne, der ist voll schlecht. Der Hund muss raus. Jawohl, er hat 6-1. Was ist? Das ist eine Höhle. Hm, very interesting. Ich weiß, ich geh ja mit dir gleich raus. Schon alles geplant. Beguckt. Gegehend. Oh mein... Ich hab wieder genau gearbeitet. Ha, das ist ne gekürzte Arbeitshose. Was erwartest du? Natürlich kannst du dann mit dir arbeiten. Ja, hab ich die los. Na, was dann? Wieso ist wieder mein Kill weg? Natürlich. Du hast ja schlimmere Alltagsprobleme als ich. Alter, das ist unglaublich. Können wir aufhören den Tank zu fokussen? Danke. Könnten wir. Lag. Nice. Ja. 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 Als würde ich nicht beide brauchen. Ich dachte, du brauchst das ja nie noch. Ich hab ja ins, der mein Tower zerstört hat. Und der hat 455 live. Das ist so ein Team. Deswegen gibt sich selbst die Ulti. Nur ein Kill, das ist unglaublos. Ja. Tja. 2-2. Ah, 1-1. Ah, 1-1. Trotzdem nicht guter Deal. Öff. Bisschen rumlacken. Aber die Minions müssen weg. Ich auch, so. Geht's Flash-Crew? Viel Spaß. Wie er's machen wollte. Ja, reicht nicht ganz von der Reichweite. Fail. Ja. Soll ich da noch mehr sagen als Fail? Irgendwie häng ich bei mir in der Luft. Ja, der Dings bei mir aber auch, der war uns. Ja, komm ich hab sowieso schon nur einen Kill. Wie hast du die Casio getroffen? Ich hab keine Ahnung. Und der Shogat lag natürlich weg. Unglaublich, ey. Das Spiel hat's nicht zu derbe. Boah, der Shogat. Ja. Komm her, komm her. Damit meine gute Tat des Tages auch noch erfüllt wird. Ja. Erste gute Tag des Tages, was? Ist mein erster Sieg? Das ist doch gut, Alter. Ja. Wo ist der Score in meiner... ...Historie? Echt? So gut? Ja. Hm. Sehr interessant. Hm. Sehr interessant. Hm. Sehr interessant. Du solltest vielleicht aufhören, die Minions mit deinen Raketen zuzuspammen. Oh, du bist so klug, echt. Ja. Bam! Schade, ich hab dich nicht getroffen. Und wie viel Live-Reagier hast du schon mit deiner Passive? Oh, meine Fresse. Ja. Das ist ja hier ein Ulti. Ist ja nicht so, als würde ich sonst alles immer für den Hund tun. Ich hab keinen Mana mehr. Scheiße. Der Typ hat 33 HP. Meinst du nicht eher, der Hund hat mehr Fett auf den Rippen als ich? Ich. Ich. Warte doch schon wieder Quatsch, Mann. Konzentriert, ich hab's Spiel. Flame nicht auf mir rum, du bist der der Damage macht. Anscheinend machst du irgendwas falsch mit Garen. Weil ich auch immer mit Garen dominiere, wenn ich mit Garen spiele. Ich kann aber Garen nicht spielen, dann lernt's. Wofür? Es gibt nur ein paar Chemien, die ich nicht kann. Damit bin ich glücklich. Von über... 100... Ne. Von 101. So war das. Ja. Was soll ich jetzt machen? Sag das lieber dem Greedy Lee Sin, der da hinten steht. Ich bin gar nicht Greedy. Gar nicht. Ich fang wenigstens noch 2000 Schaden ab, bevor ich tot umfalle. Ja, oder weniger. Ne, eigentlich 3300, aber auch gut. 3376, wenn du's so genau nimmst. Was sind jetzt solche Pussis? Ja, die will sterben. Die der mir die klaut. Tja, warum hast du dein Udi nicht gemacht? Alter, uncool. Boah, du bist so guter Tank. Ja. Ja, ja, schnell, ich habe wichtiges Arbeit, um zurück zu kommen. So mit Tower tanken und so, ähm, uncool. Jetzt sag bitte nicht, dass ich meine Aufgabe nicht erfülle, Johannes. Du erfüllst deine Aufgabe nicht, Johannes. Ich denke, dann läuft hier irgendwas falsch, weil ich habe meine Aufgabe hier sehr gut erfüllt. Echt? Ja. Sagt wer? Kann man auch nicht verlegen. Oh, ich wollte gerade reinjumpen. Ich auch. Ich nicht. Immer diese Suicides. Nee, ich hätte zwei Kills bekommen. It's up.